Zerrat mit Hingewixen Farbklixen und Hallo meine lieben Monster und Kirby Liebhaber wir stehen in einer 5 Minuten Schleife Musik in Kirby's Adventure er wird zwei geschafft hier ist wieder ein Kranlöffel ein Moment, ich stelle mal den Ton lauter da seht ihr jetzt eine kleine Ecke hier ich mach das mal direkt hier rein denn ich habe das Mikrofon auch lauter eingestellt und da brauche ich dann den Ton auch ein bisschen lauter weil man sonst das Rauschen hört aber so ist es ja wirklich angenehm und ich glaube, ne den habe ich nicht der fällt mir wieder hin ich sehe schon, komm der fällt mir wieder hin ja ok kann ich jetzt beide holen wäre ja richtig wäre ja eine richtig coole Sache aber beide welchen Kryptor sich denn jetzt die sind ja ineinander den großen ja wäre auf jeden Fall cool wenn wir zwei also nur versuchen aber wir haben wenigstens zwei extra Leben dazubekommen zwei extra Leben ich danke dir zehn Leben was soll denn mit dem ganzen Leben anfangen als wenn wir das noch jemals brauchen irgendwann brauchen ja ich habe noch nie bisher gespielt kann ich wahrscheinlich nie runter aber meine Fähigkeit ist jetzt auch nicht die beste ich habe ja nur they see me rollen they hate them dann kommen wir jetzt und zwar die komm ok they see me rollen dann kommen wir den reifen der will jetzt wieder weg der ist nicht gut in diesem Level ich glaube ich spreche da aus Erfahrung ok ich habe das Schwert sehr schön ok kriege ich das nicht hin so man ich will da hin ich versuche ich will da hin jetzt Leute man klappt nicht ich finde jetzt richtig unsozial dann müssen wir diesen Kack hier machen so ach nee nicht im Wasser nein im Wasser kann ich wenigstens mit dem Schwert noch schlagen mit anderen andere Fähigkeiten kannst du im Wasser gar nicht anfangen immer wenn ich im Wasser bin denke ich mir ah jetzt verliere ich meine Fähigkeit das ist nicht schön das ist so schön wenn man weiß dass man seine Fähigkeit verlieren wird macht immer wieder Spaß da ist nun mal ab ich weiß aber nicht kriegen wir den können wir den irgendwo einsammeln hä nein nein was alter wie schnell ging denn unsere Kraft weg was was soll das denn ey ey das fass ich jetzt nicht was ist denn das für Neville hang äh ja mit was genau ok äh was jetzt oh Bossfight Meta Knight oh ok wie besiege ich den jetzt kann ich irgendwie eine Fähigkeit von der ne ok eine Fähigkeit von denen kacke oh ne ok warum fresse ich die Hände immer ich denke immer sofort ich kriege die Fähigkeit dabei muss ich den ja so so muss man das machen ah scheiße wo ist denn der ich kriege wirklich nichts auf der Reihe auch schon wieder gefressen ich fasse es nicht bin ich eigentlich so behindert wo ist denn unser Gegner jetzt hier ich hab nur noch ein wertes Leben das finde ich nicht gut geht gar nicht eigentlich bam gut gut wenn die das so wollen wenn die das so wollen mach ich ich spiele ich kann dieses Spiel auch spielen so meine Freunde dieses Spiel spiele ich ja auch wenn ich wüsste wie das Spiel geht was och einfach so richtig kacke so was ist jetzt los hä wo ist denn wo bleibt ein Meta Knight wo bleibt denn unser Gegner jetzt hin hä kein Gegner da pff verstehe ich nicht ey ok nein ja zu Ende ich probiere jetzt mal ganz strukturiert erst überlegen wie ich das mache genau ok ok jetzt weiß ich wie es geht schon zu wissen dass ich jetzt das jetzt endlich weiß was ist das so schön da ist wieder Museum was ist denn in dem Museum drin Laser Nee, das hatten wir noch nicht. Ich will die auch mal demonstrieren. Soll aber auch nicht besser sein, als die anderen. Okay. Was? Okay. Alter. Da, was kann ich jetzt wieder was richtig Behindertes schneiden? Ja. Ja. Ich komme gerade nicht darauf klar, die Behindertes bin ich ein bisschen gestoppt. Was, hier geht es weiter? Okay. Hä? Aber hier ist doch ein... Okay, wir gehen einfach durch den Durchgang durch. Weil wir cool sind, machen wir sowas. Was? Oh, Mann. One up. Schön, ich habe einen One up. Und ein Behindertes wäre, was das so schön so. Alter. Ah, das hier. Viecher sind das. Oh, meine Fresse. Feuer. Ich habe keine Fähigkeit. Alter. Wieso lebe ich auf Wolken? Okay, dann haben wir jetzt doch. Genau. Schön geplant. Was? Er kann einfach hier durch. Mann, was ist denn das für ein Gegner? Oh, das ist genauso wie ein Mega Man. Und ich dachte, das Spiel des Play hier wird anders. Obwohl ein Mega Man... Nee, ein Mega Man konnte mir gar nicht da durch. Wehe. Alter. So. Nee, jetzt kommt wieder ein Mini-Boss. Ach. Okay. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Ach, ey. Yolo. Was ist das denn? Hä? Was zur Hölle? Yolo. Maura doolo. Ich habe so ein Ohrwurm von diesem Lied. Ach du Scheiße. Was ist das denn, Alter? Wie wir finden. Noten ist das... Ein Bass-Typ. Boah. Der macht unerträgliche Geräusche, ey. So ein Arschloch. Okay. Okay. Was habe ich jetzt für eine Fähigkeit? Hä? Mike? Oder was steht da? Hä? Mike? Mike wird aber M-I-C geschrieben und nicht M-I-K-E. Ich meine, der Name wird... Okay. Habe ich das für immer? Ich hoffe doch mal. Ich meine, der Name wird Mike geschrieben, aber wenn das Mikrofon gemeint ist, dann... Muss ich jetzt erst auf meine Kraft dafür wegwerfen? Oder so? Na, ich bin doch... Ich habe doch gar nichts drauf hier. Okay, immer wieder zu Neues. Ich bin wieder normal, oder was? Ach, super. Geht's hier weiter? Tatsächlich, hier geht's einfach weiter. Was ist denn mit diesem Level-Dose? Das verwirrt eigentlich dich. Ich will ja jetzt auch kein Content auslassen, oder so. Okay, was ist das hier? Was macht das? Zwei Herzen wieder. Zwei Leben, besser gesagt. Das sind ja keine Herzen. Ich hoffe so sehr, dass der Ton nicht zu leise ist. Weil ich höre mich richtig laut dafür. Also, ich höre das Spiel richtig laut, aber dafür mich kaum. Also, ich hoffe, dass das in der Aufnahme wenigstens schön umgekehrt ist. Heuja! Drei! Was kriege ich denn? 2000 extra Punkte. Gut. Langsam habe ich den Dreh raus, wie's klappt. Okay, Level 5. Was ist denn da oben? Neues Minigain? Oder... Oh, was ist das? Ähm... Ja, bevor ich da reingehe. Ich habe Beam. Ich hole mir wieder Laser. So. Und jetzt gehe ich mal gucken, was das da ist. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Arena? Oh, okay. Heu! Okay, den hatte ich ja... Ja. Hallo. Den hat sich dann wohl locker easy kaputt gemacht. Okay. Next round oder was? Äh... Kann ich das da jetzt immer machen? Okay. Was heißt genau was? What the fuck? Hä? Da kann ich einfach ein bisschen üben oder was? YOLO! Hä? Was bringt mir... Achso! Jedes Mal, wenn ich gewinnen, kommt so ein Ding hier wieder raus. Das ist ja... Das ist eine coole Idee. Ich bin nicht gut gemacht. Aber jetzt Level 5. Äh, los hier. Oh. Ich habe auch mal auf die Zeit gehabt. Wir haben schon 10 Minuten rum. Das kommt mir gerade irgendwie wichtig bekannt vor. Erinnert mich an die erste Stage. Was? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was? Nein, jetzt komm her. Okay. Ich hasse... Also ich komme... Ich... Auf diese Kanonen komme ich überhaupt nicht klar. Nein. Los. Hm. Was ist denn immer los? Warum gibt es immer... Da ist eine Mücke. Direkt von meinem Bild. Direkt von meinem Bild. Aber beide... Was? Ein Hammer? Ach du Scheiße. Okay. Ich war einfach ein Hammer. Okay. Coole Sache. Gut. Ich habe eigentlich mit der Reifenfähigkeit gerechnet, aber... Nein. Boom. Lass mich das... Okay. So, jetzt auch. Nein, jetzt habe ich Reifen. Okay. Jetzt habe ich wieder Reifen. Kann es sein, dass ich mehrere von den Reifenteilen... einsammeln muss, damit ich Hammer bekomme. Wenn ich jetzt die beiden gleichzeitig einsaugen würde, was jetzt eigentlich nicht möglich ist. Dann würde ich vielleicht auch mal so zu nach hinten gehen und dann wieder hier hin. Ja, dann ist das auch nicht möglich, ne? Nein. Vor allem, weil ich jetzt einen kaputt gemacht habe. Mann, nee, es geht nicht. Ich will das natürlich jetzt probieren. Nein. Kacke. Okay. Was war der hier? Laser. Okay, weg mit dem Ding. Hm. Ich kriege ich nicht mehr hin. Ich hatte gerade so eine geile Fähigkeit. Jetzt habe ich die leider nicht mehr. Dann werde ich ja mal getroffen, ne? Ja, Laser, hallo. Habe ich nicht gerade irgendwie... Ich habe doch gerade nach oben geschossen. Hat das Ding auch eine Fähigkeit? Interessiert mich gar nicht. Hä? What the fuck? Wie soll man... Okay, das geht. Äh, schlafen. Okay. Das kriege ich Leben dazu, oder was? Hä? Was? Das hat es richtig gebracht, Alter. Also, im Ernst, das war die sinnvollste Fähigkeit auf dieser Welt. Was zur Hölle? Okay. Boah. Jetzt. In deren Ernst, ich komme auf dieses Level nicht klar. Ich checke, ehrlich gesagt, überhaupt nichts mehr. Hoppla. Ich komme auf gar nichts mehr klar in diesem Level. Okay. Ja. Äh. Hat es gebracht. Ja, ich muss tatsächlich zwei einsorgen, damit ich Hammer bekomme. Auch mehr soll ich Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Hä? Wo muss ich denn bitte hin? Wo würde ich... Hä? Wo muss ich denn bitte hin, dass ich... Boah, das war knapp. Ne, wo... Jetzt mal vor... Ganz im Ernst. Wo muss ich hin? Nein, nein! Nicht mit mir. So. Ich meine, hier geht es nicht weiter. Hä? Da sind wir doch vorhin erst nur rausgekommen. Hier geht es auch noch weiter. Was? Ach nee. In der Wissenzeit haben wir noch, Leute. In der Wissenzeit haben wir noch. Kapier, du scheißfähig. Du auch. Ja, alle am besten. Was ist das denn? Oh, ich kann hoch springen. Ist ja cool. Ne, aber die werfe ich lieber für Schwert wieder weg. Hier ist es interessant, wenn ich zwei Schwertteile einsage. Kann man überall... Man kann doch nicht in all diese Häuser rein, oder? Doch. Man kann einfach in alle Häuser rein. Alter. Das ist ja mal richtig heftig. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, ich könnte jetzt auch in die ganzen anderen da rein. Aber ich habe das auch noch nicht gecheckt, dass das gut vielleicht möglich wäre. Deswegen geht das jetzt nicht. Okay, Alter, dieses Level. Das kommt mir jetzt schon endlich... Was sind das für Viecher hier? Was sind das für Highjump? Oh, Alter. Oh, Mann. Also echt, ey. Wer hat's denn Kack erfunden? Nein, das sind Bomben. Die lasse ich ganz bestimmt nicht frei. Scheiße. Nein, was war das? Komm her jetzt. Nein. Scheiß Stern. Komm her. Oh, diese Kackbombe. Ich würde gerne hier rein. Wie viele... Wie viele verdammte Gegner... Ja, toll. Klasse. Mann. Was ist das für ein Scheiß-Level? Ich finde, überhaupt nicht. Endlich ist da das Ziel. Mann. Alter, okay. Bis zwei. 5000 Punkte. Läuft bei uns. Auto im Hintergrund. So. Ich würde sagen, den nächsten Boss-Gegner machen wir das nächste Mal. Wenn wir bei Kirby's Adventure wieder sind. Und was ist das da? Ne, das will ich jetzt noch schauen. Warps. Eins. Jetzt habe ich Angst. So, das sehen wir dann einfach im nächsten Part. Ja, im nächsten Part. Alles klar.